hallo ihr lieben herzlich willkommen zu einem neuen video ich zeige euch heute ein sehr begehrtes rezept denke ich mal denn ich zeige euch wie aus einem teig gleich vier verschiedene herzhafte gebäcksorten zubereitet die nachfrage war sehr groß sowohl beim letzten video als auch bei mir auf instagram ihr wollt vermehrt teigwaren rezepte sehen und dachte ich mir kommt zeige heute mal ein sehr praktisches rezept mit gleich vier verschiedenen sorten und ja ich hoffe das kommt bei euch sehr gut an und dann würde ich jetzt einfach mal sagen wir starten wie immer direkt los mit den zutaten hier seht ihr die ganzen zutaten für den teig denn wir fangen jetzt nämlich mit dem teig an dafür brauchen wir natürlich mehl sonnenblumenöl frische hefe könnt aber auch stattdessen trockenhefe nehmen etwas milch damit der teig schön schön fluffig wird hier habe ich lauwarmes wasser zucker und salz also ich starte jetzt mal mit dem teig damit er schon mal in aller ruhe ruhen kann und währenddessen kann ich dann die füllungen zubereiten wir legen einfach mal direkt los ich gebe jetzt alle zutaten direkt gleichzeitig in die schüssel lasst den teig für gute fünf bis acht minuten gut durchkneten und anschließend decke ich den noch mit frischhaltefolie zu und stell den einmal beiseite und lass den erstmal für eine gute dreiviertelstunde bei zimmertemperatur ruhen ein condivalente sollierenden vorangeht Zitzen so der tag ist fertig geknetet er sollte sehr weich sein ganz also minimal klebrig nicht allzu klebrig sollte jetzt nicht allzu sehr teigmasse an den händen haften knete ich ihn noch mal hier auf die arbeitsfläche durch jetzt gebe ich ihn wieder zurück in meine schüssel fette den nur ein bisschen ein damit er nicht austrocknet und stelle den jetzt einmal für eine gute dreiviertelstunde beiseite so ich fange jetzt mit der ersten füllung an und zwar benötige ich diese füllung für meine botburts ich werde aus dem teig so kleine mini botburts herstellen und dafür brauche ich hier 500 gramm hackfleisch hier habe ich zwei möhren zwei kleine zwiebeln diesen gewürfelt und zucchini zucchini möhre habe ich jeweils geraspelt an gewürzen habe ich kreuzkümmel paprika etwas rasselhanout und kurkuma natürlich salz pfeffer standard und olivenöl so hier mein gehacktes das gebe ich jetzt in meine pfanne da habe ich bereits olivenöl reingegeben brate das erst mal an im anschluss gebe ich dann die zwiebeln die möhren und die zucchini hinzu und wirkt das ganze noch zum schluss und fertig ist dann die füllung ok Untertitelung des ZDF, 2020 Was ich jetzt hier noch, ist mir jetzt gerade erst im Schuss eingefallen, hier hinzufüge, sind Oliven, grüne Oliven, die sind jetzt bei mir eingefroren. Die gebe ich jetzt einfach mit rein, gebe nochmal so eine leichte Säure, das harmoniert wunderbar miteinander. So, jetzt lasse ich das noch für drei Minuten kurz braten. Ihr seht, die Zucchini, die ist jetzt schön zerfallen, ist auch schön weich geworden, genauso wie die Möhren. Dauert in der Regel gar nicht so lange, also innerhalb von zehn Minuten ist die Füllung eigentlich fertig. So, zum Schluss, wenn ihr wollt, könnt ihr noch Petersilie da hinzugeben, das mache ich nicht. So, drei Minuten noch und dann ist die Füllung Nummer eins fertig. Fertig. Füllung Nummer zwei bereite ich für meine Fatayar Pesabenech vor. Das sind so libanesische Teigtaschen gefüllt mit Spinat, abgerundet mit Sumak, also Essigmaumgewürz und mit der leichten Säure der Zitrone. Ein hervorragendes Rezept. Das Einzige, woran es sich unterscheidet, ist die Zubereitungsart. Also normalerweise wird der Spinat ja nicht angedünstet. Ich mache das jetzt, damit das alles schnell gehen muss und deswegen werde ich das jetzt einmal hier andünsten. Und sowohl den Spinat als auch die Zwiebeln, das dünste ich jetzt ganz schnell in meine Pfanne und würze das anschließend hier mit meinen Gewürzen. Dafür benötige ich, das habe ich ja ganz vergessen, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe hier Spinat, der ist bereits gewaschen und geputzt. Des Weiteren habe ich hier Zwiebeln, Saft von einer Zitrone, einer großen Zitrone allerdings und hier habe ich Sumak, Essigbaumgewürz. Würzen tun wir das Ganze mit Salz, Pfeffer und braten oder beziehungsweise dünste das Ganze in Olivenöl an. Also los geht's. Ich brate hier zunächst die Zwiebeln schön glasig an, gebe im Anschluss den Spinat hinzu, bis das schön zerfällt und die Flüssigkeit weitestgehend verdünstet ist. Und ganz zum Schluss wird das Ganze noch gewürzt und das war's. Und ganz zum Schluss wird das Ganze in Olivenöl an, gebe im Anschluss die Zwiebeln schön glasig an, gebe im Anschluss die Zwiebeln schön glasig an, gebe im Anschluss die Zwiebeln schön glasig an. Die Zwiebeln schön glasig an, gebe im Anschluss die Zwiebeln schön glasig an, gebe im Anschluss die Zwiebeln schön glasig an. Die Füllungen sind fertig, der Teig ist super aufgegangen, wie man hier so schön sehen kann. Ich fange jetzt mal mit dem Wutwutz an. Also zuallererst muss ich den Teig hier erstmal portionieren. So, knete den jetzt noch einmal gut durch. Ich fange jetzt mit dem Wutwutz an und zu Hilfe nehme ich mir hier so einen Abstandshalter von 4 mm, damit die nachher schön gleichmäßig dick sind und damit die auch schön aufgehen. Und ich bemehle meine Arbeitsfläche leicht mit mähen und rolle den Teig hier jetzt einmal schön aus. So, ich habe mir jetzt den Teig einmal für die Wutwutz schön ausgerollt, allerdings auf 2 mm. Ich muss mich da an dieser Stelle jetzt einmal korrigieren. 4 mm sind doch zu dick, also 2 mm ist schon die optimale Dicke. Jetzt nehme ich hier einen Ring und steche hier mir runde Kreise aus. Soll ja nämlich Mini-Wutwutz werden. Und lege sie anschließend auf mein Backblech. Das nicht wieder zusammenkneten, einfach so wie es ist, so übereinanderlappen und so hinlegen. Und das nehme ich mir jetzt einmal beiseite und lege es hier einmal auf mein Backblech. Bis ich den Rest hier fertig habe. So, ich fange jetzt an meine Wutwutz auszubacken. Das Ganze mache ich hier einmal auf meinem Crepe Maker. Die Platte ist schon recht heiß. Jetzt lege ich die Teilchen hier einfach drauf. Ich sage euch gleich, wie ihr super Wutwutz bekommt, sodass sie so richtig schön aufgehen. Sobald die hier Blasen werfen, wende ich sie, damit die gleich schön aufgehen. Und das müsst ihr immer wieder machen, immer wieder wenden. Auch wenn die nicht, also nicht warten, bis die goldbraun sind, sondern einfach immer wieder wenden, damit die sich schön aufblasen können. So, hier kommt der erste schon hoch. Man sieht es hier perfekt. Der zweite. So muss es sein. So, und so müssen Wutwutz aufgehen. Wenn die so aufgehen, dann ist das super. Ja, sorry, an dieser Stelle muss ich jetzt mit Voice-Over weitermachen, da mein Mikrofon leider den Geist aufgegeben hat. Oh Mann, Technik, die begeistert. Oh Mann, oh Mann. Ja, wie dem auch sei. Also die andere Portion für meine Fatale rolle ich ebenfalls ca. 2 mm dünn aus und steche anschließend mit dem Ring so kleine Teiglinge aus. Der Ring hat übrigens einen Durchmesser von 10 cm. Und in die Mitte verteile ich jeweils einen Teelöffel von der Spinatfüllung. Hier nochmal der Hinweis, die Spinatfüllung muss wirklich komplett trocken sein. Also es sollte nichts mehr runtertropfen. Und wenn ihr sicher gehen wollt, dann könnt ihr die Füllung ruhig einem Sieb geben. Und ja, so kann nämlich die restliche Flüssigkeit noch runtertropfen, bevor ihr die dann befüllt. Die Ränder drücke ich bis zur Mitte fest zusammen, sodass eine Art Dreieck entsteht. Und der kleine Rand, der oben ist, der sich da oben bildet, drücke ich zum Schluss nochmal richtig fest zusammen, denn hier dürfen die Teilchen, während sie im Backofen sind, nicht aufgehen. Die Teiglinge lege ich auf ein Backblech und dann kommen sie in den vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Ober-Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten. Da ist jeder Backofen unterschiedlich. Da müssen sie jedenfalls so lange drin bleiben, bis sie goldbraun sind. Und ja, so fahre ich einfach fort mit dem Rest und mache anschließend mit der nächsten Portion weiter. Für die Käseschnecken habe ich aus der großen Portion kleine Bällchen geformt. Da wiegt jedes Stück so ca. 40 Gramm. Im Schlussstrich habe ich 6 Stück rausbekommen, die ich zunächst so ca. 3 Millimeter dicklängst ausrolle. Dann verteile ich der Länge nach einfach die Käsemischung drüber und rolle sie zunächst zu einem Strang, den ich anschließend zu einer Schnecke wickele. Also wie man so schön im Video sehen kann, das Video spricht eigentlich für sich. Und ja, bevor ich sie in den Ofen schiebe, bestreiche ich sie noch mit etwas Eigelb und streue nochmal eine ordentliche Portion Käse drüber. Ihr wisst ja, viel hilft viel. Ja, gebacken werden sie ebenfalls im vorgeheizten Ofen. Also ich schiebe sie eigentlich direkt nach den Verteilern. Hitzeeinstellung bleibt dabei gleich. Und backe sie halt, bis sie von beiden Seiten schön goldbraun sind. Bei mir waren sie jetzt so 25 Minuten drin. In diesem Schritt bereite ich die Mildepitzen vor, denn die müssen nämlich vorgebacken werden. Vorher aber rolle ich den Teig natürlich 4 Millimeter dick aus und steche den ebenfalls mit dem Ring rund aus. Die Teiglinge setze ich dann auf ein Backblech und drücke dann mit einem Glas so quasi die Seitenränder hoch, sodass gleichzeitig so eine kleine Kuhle in der Messe entsteht, die man problemlos später belegen kann, ohne dass da später alles rausläuft. Ich finde das so eigentlich ganz praktisch, wenn man sich so innerhalb der Kuhle orientiert. Und bevor die aber vorgebacken werden, steche ich den Teig mit einer Gabel ein, damit die Pizzen mir nicht im Backofen aufgehen. Im Ofen werden sie bei 190 Grad schon mal für 10 Minuten vorgebacken, um sie später dann einfach zu belegen. Und belegen könnt ihr die, wie gesagt, nach eurem Geschmack ganz beliebig. Ich habe sie jetzt zum Beispiel ganz klassisch mit Thunfisch und Käse belegt und da ich noch viel von der Hackfleischfüllung übrig hatte, habe ich die ebenfalls verwendet. Und ich muss sagen, im Nachhinein war das wirklich die richtige Entscheidung, denn das hat wirklich mega gut geschmeckt. Also vor allem diese Kombi mit dem überbackenem Käse da drauf, war wirklich der Hammer. Also das müsst ihr ebenfalls auch mal ausprobieren, wenn ihr noch die Hackfleischmasse übrig habt, verwendet die hier für die Pizza. Schmeckt wirklich mega lecker. Und nachdem ich sie fertig belegt habe, schiebe ich sie dann nochmal erneut in den Backofen und lasse sie nochmal für weitere 10 Minuten bei 190 Grad backen. Bei mir werden die erst kurz vor dem Servieren gefüllt, die Bootboards. Und hier sieht man nochmal so schön, wie hohl die sind von innen, so wie sie sein sollen und schön luftig. Und das liegt einfach an dem Trick, den ich euch vorhin beim Auspacken erklärt habe. Vergiss die nicht immer direkt hin und wieder mal zu wenden, bis die wirklich komplett aufgehen. Und zum Karnieren nehme ich da immer sehr gerne Salatblätter. Ihr wisst ja eigentlich auch nur fürs Auge. Das Auge isst ja immer mit, ne? Und ja, so sieht das Endergebnis aus meiner Teigtaschen. Vor allem, wenn es so schön auf so einer Platte serviert ist, ist es auf jeden Fall so ein richtiger Hingucker auf dem Iftar-Tisch. Und ja, das kommt auf jeden Fall immer sehr gut an. Und wenn ihr es nachmachen wollt, dann findet ihr alle Zutaten mit den genauen Mengenangaben in der Infobox, wie immer. Ja, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr das nachmacht und mich dann auch auf Instagram verlinkt. Da würde ich mich auf jeden Fall, da wäre ich euch sehr dankbar. Und aktiviert, Leute, nicht vergessen, immer die Glocke auf meinem Kanal, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn was Neues kommt. Das ist mir nämlich aufgefallen. Ganz viele schreiben mir, die haben gar nicht mitbekommen, dass ich ein Video hochgeladen habe. Aber also immer schön aktivieren. Und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr auch einen Kommentar oder ein Like da lassen. Egal, Hauptsache aktiv. Darauf kommt es eigentlich immer an. Und ja, ich wünsche euch, meine Lieben, viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und bis zum nächsten Video. Ps'hauraha und bis dann. Ciao! Ciao!